Hallo Freunde der Spielkultur, beim letzten Mal haben wir die Seltsam-Höhle gemacht, oder war das vorletztes Mal? Nein, beim letzten Mal haben wir die Stahlhöhle gemacht und danach haben wir Elec-Kit angeheuert und ja, dann haben wir das Team Umbur kennengelernt, die uns Aufträge gestohlen haben, weil sie wollen nämlich die Weltherrschaft an sich reißen. Aber ja, machen wir weiter bei unseren Missionen, why? Oh, da kennen wir schon alle, so nix okay, ja, Kleinheim, Donnerhöhle, das haben wir jetzt eigentlich. Mal kurz sehen, wo sieht man das, so wundert, ja, das geht sich aus, perfekt. Gut, dann gehen wir wirklich in einen Dungeon, weil das Orb haben wir hoffentlich eh schon mit, äh, in die Donner-Höhle, äh, ja, Begleiter, Blutten, Team Aufstellen, schauen wir mal. Spiel ich da in Elektro-Pokémon? Spiel ich richtig in Elektro-Pokémon? Es ist stärker, sorry und es ist stärker, sorry aber anscheinend mögen wir die Elektro-Pokémon? Äh, In diesem Game haben wir das auch schon mit. Das ist komisch. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt noch zu Item Gold. Item verwalten, Item lagern. Wir müssen nicht alles immer mitnehmen, das ist mir eh schon. Ich glaube kaum, dass ich das hier habe und gerade auch nicht. Wenn ihr die Elektrohöhle seht. Perfekt damit. Perfekt mit 3. Also starten wir mal los. Todderhalhöhle. Uwe, das ist gut. Hey. Vermöglicht es allen Teammitgliedern gegen ein Feldfort zu crashen und anzugreifen, wenn sie nicht an der Spitze des Teams stehen. Danach kehren sie an ihrem Ursprungbuss und zurück. Okay, cool. Attacke. Komm schon. Okay. Automatisch laufen ist das Beste. Okay. Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Vumper aufhält. Okay, mach mal. Was machst du denn hier? Normalerweise kriege ich dich, wenn du uns nicht anschließt. Weiter gehts. Hier wird schon die Leiter. Was heißt, ist hier die Liduri da drinnen? Hallo Apple. Auftrag abgeschlossen. Yeah. Gut. Danke. Ich komme später mit dem Planschbuss her. Gut. Mach mal. Stolz hat die Retter hoch. Oh. Müsst ihr euch in Kraft durchdringen? Warum habt ihr den Dungeon verlassen? Ja. Ist ja auch gut so. In diesem Dungeon gibt es noch mindestens ein Jahr. Möchtest du den Dungeon trotzdem verlassen? Nein. Nein. Ich will alles finden, Leute. Okay. Na gut. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Entwustel. Keine Ahnung, wirst du weiter gehen. Ja, möchte ich mein Freund. Dollar Hallhöhle. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Elikid aufhört. Äh. Bloß. Direkt neben Elikid. Okay. Was ist bloß das? Bloß das? Andere. Na echt, jetzt ja gut. Warte mal. Warte mal. Gib bitte Proto Cap. Warte mal. Bloß das niederlassen könnte. Okay. Dann habe ich ein Schluss mit dem. Was will er? Bitte. Äh. Bitte Platz zu machen. Bitte sehr. Auftrage abgeschlossen. Das ist perfekt. Vielen Dank. Seit dem Rettung anrufen. Ja. Eine mystische Kraft. He. Bloßl und das andere Pokémon haben den Dungeon verlassen. Äh. In diesem Dungeon gibt es noch mindestens ein Jahr. Wirst du den Dungeon verlassen? Nein, möchte ich nicht. Okay. Weiter gehen. Tun. 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 Die Mucke macht echt laute. Pikachu macht die alle weg. Drei Elektro-Pokémon. Kein einziges anderes. Das ist langsam schon deprimierend. Wird schon noch eine Rats-Rats vielleicht. Schade. Weiter geht's. Wir haben ja noch eine Aufgabe. Okay, das ist die letzte. Hurra! Hey, Dich will ich haben. Dich will ich. Und Dich möchte ich haben. Ja! Haha, siehst Du? Lino will anscheinend mitkommen. Möchtest Du gemeinsam mit Lino das Abenteuer von... Ja, möchte ich. Bekleinerts Team Flush. Wir haben es gefunden und das ist die dritte Aufgabe gewesen. Das ist normal. Wenn wir beim nächsten Mal sind. Komm später bitte. Warte mal. 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 Juan Lino hat den Dungeon verlassen. Ja. Möchtest Du den Dungeon jetzt auch verlassen? Ja. Ja. Die nächste dann schon abgeschlossen und wir haben Plus mit der Last können. Äh. Möchtest Du? Okay. Wir haben das Camp nicht. Die Camp vorhanden. Aber sein Camp haben wir. Möchtest Du den Dungeon einen Spitznummer geben? Nein, möchte ich nicht. Ein neues Pokémon. Yeah. Ja. Ich bin Dir unsinnendlich dankbar, dass Du Wompro gerettet hast. Hier bietet die Belohnung. Dankeschön. Du hast die Items aus Kagawa Lager geschickt. Ähm. Die Floschel hat fünf Reißungspunkte gekriegt. Hier ist geil. Du kannst es doch nicht mit dem Legkit gefühlt hast. Hier bietet die Belohnung. Ah. Wiederholungsbrille. Oh. Interessant. Spezialband. Du hast die Items aus Kagawa Lager geschickt. 50 Retter gespukte. Ich denke das reicht für heute. Ich bin dir unsinnend dankbar, dass Du die Wompro gerettet hast. Hier bietet die Belohnung. Das war gerade vorher nicht das Geige. Du hast die Items aus Kagawa Lager geschickt. 50 Retter gespukte. Einmal noch. Ja. Gut. Ich denke das reicht für heute. Lass uns jetzt feiern machen. Ja das stimmt allerdings. Also bis morgen dann. Nächsten morgen. Morgen Stoffel. Lass uns heute wieder unser bestes Game. Stoffel Sparky. Huch. Wer hat das gesagt? Hey Raupi. Schon lang nicht mal gesehen. Wie geht's dir? Bitte, bitte, helft meinem Freund. Okay, sicher, gerne. Was ist denn los? Also mein Freund Safcon und ich habe im Wald zusammen Verstecken gespielt. Und dann muss er sich irgendwo verlaufen haben. Der Arme jetzt bestimmt immer noch ganz allein im Wald herum. Das klingt ja gar nicht gut. Ach, was halt doch die Klappe. Du gehst mich schon langsam auf die Derfengänge. Obwohl ich gerne liebe, das ist ein geiles Pokémon. Oh, ihr seid noch immer hier? Nur keine Angst, wir sind hier, um deine Klappe und Safcon zu retten. Ganz sicher nicht. Wartet mal, Rupi hat uns in Hilfe gebeten. Muhahaha, glaubt ihr Abenteurer wirklich, ihr hättet auch nur die geringste Chance? Was sagst du da? Wer hier jemand rettet, spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass dein Retter am Ende es hält, wie es darstellt. Hör mal, Rupi, was hältst du hier? Wie wäre es, wenn du einfach die Belohnung gibst? Dass dein Freund zuerst zu dir zurückbringst. Aber ich... Ich habe doch gerade kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angegene Belohnung zahlen. Oh, ha, 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 ha. Ah, und du kannst sogar unser Team beitreten. So ein Angebot kannst du doch ungern widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, mache ich dich beim Team übel zu der echten großen Nummer. also abgewacht sparky war raub ich koopel zuerst gewinnt los leute suchen wir die gehen wir ja ich warte nur die ganze zeit schon bis du aufhörst zum quatschen los geht und sogar schneller wie du willst davor ist okay nächste tatsch habe ich bereit wenn du ein wichtiger abenteuer bestreiten begleitet dich festgelegte mitstreiter sie sind bitte los im markiert du kannst aber auch mit dem die sich die auf dem abenteuer angeschlossen haben dass die guten tippen wir zuverlässig mitgegnung zu sammeln passt aufbrechen keine zeit verschwenden was sagen wir es sagt hat sich in diesem wald verlaufen ganger wartet uns sicher schon voraus wir müssen uns beantworten ja wieso quatscht du uns dann voll was geht dann nebenbei beim gehen auch die befehle sich ein kaffung durchs bock holen ok die befehle sich ein kaffung durchs bock holen ok Gugelbau, Walter. Komm! Das sind so eine Gauder, die Typen. Scheiße! Alter, sicher! Nimm mir dein Leben weg! Aber, sonst willst du endlich übernehmen. Ah, einfach so übernehmen. Ich bin schon als ein Arschbuchs-Troll. Geh wieder eine Apfel. Bitte sehr! Fifi hat sich wieder erholt. Fifi, von der Freundlichkeit von dem Plauschig erhielt. Die Mucki ist so schräg. ich weiß ich schlumpel heißer jetzt beim wissens Fischer! Okay, da will ich doch nichts. Aber jetzt will ich doch was kaufen. Das auf jeden Fall ist egal. Möchte ich noch ein Camp haben? Ja, möchte ich. Wenn es gerade billiger ist, Alter, da muss ich zuschlagen. Oh, die Gerellhöhle. Oh, die Gerellhöhle. Dann Helm. Zebola. Oh, ja. Da leben wir. Perfekt, das war alles. Tschüss, Popolov. Danke für die Geschäfte. Ich dachte, ich habe das Ding noch nicht. Weiter geht's. Ich muss unbedingt schneller sein, wie das Ding. Äh. Das doofe Ding, das. Ich werde mitgenommen werden. Ich werde mitgenommen werden. Schon wieder dieses Mogelbaum. Gut. Geld brauchen wir immer. Vor allem, wenn Bummelow so ein Geizkragen ist. Was macht das hier? Das ist doch ein Eis-Pokémon. Was macht das hier? Das ist doch ein Eis-Pokémon. Hoch mit uns. Wirrapla. Hallo, Wirrapla. Hallo, Wirrapla. Feuer magst du nicht so gerne. Ja. Weiter geht's. Verrückte Musik hier. Na gut, ein Pokeball. Schaut, dass wir... Reichte Glut. Ich werde die Attacken wirklich wieder dreiden. Ich weiß nicht, für was das sein soll. Ich sehe im Grunde einfach nicht, wieso ich das machen sollte. Ich wollte es mal ausprobieren. Es ist schon cool, aber... Du weißt aber auch schon. Findest du auch vor? Hoppla. 44, klar. Weiter geht's. Hey cool, alte Pokemon. Das finde ich geil. Level Aufstieg gewinnt. Sparky ist Level 11 geworden. Das ist ja wo... Ich bin aufgestiegen. Ja, bist du. Ich frage mich, wann du dich entwickelst. Auch mit Elektrostein oder... Boah. Ich weiß, dass die Pokemon entwickeln können. Also... Na gut. Hey, Verbrennung. Gut. Wasser Pokemon wäre auch mal nice. Weil... Vielleicht hätte ich wenig Wasserstattern. Und... 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 Ich hab das Ding schon, aber... Und... 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 Entschuldigung. Dumpció. Die verhaltet das Ding wieder aus. Okay. Keine Wache. Die Witterplato. O M O G. Ja! Geh mal mit. hey der hat unsere AP aufgefüllt wieso hat der KP klappt bemerkt? wichtig ist hier bei wieso? ja wollen wir wir haben zwar das camp doch nicht für wieso, aber sag hier nicht doch, gönn dir einfach, gönn dir nicht sie du Beere, will ich dass du stirbst oder irgendwer von meinem Team hier stirbt, es wird keiner zurück gelassen hey was bist denn du? ja gut ja ich hab keine AP aufgefüllt okay, tut mir leid leute ich hätte ja mitgenommen, weil man kriegt ja auch gold wenn man Leute mitnimmt und nicht aufnimmt ok weiter gehts ich weiß es ist tot ok da wär eigentlich die Team gewesen, es fällt mir raus du 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 weiter gehts ja ich will dass du dich angeh- schul okay also anschließend kannst du dich trotzdem mir dreht ein Teammitglied auf eine Falle, wird diese dabei gelegentlich unschädlich die Pokémon haben Fähigkeiten auch, das ist cool richtig cool gemacht finde ich o ich kann ich ich ja Wo warst du? ok okay okay super spucky Ich will, dass du mir beitrittst. Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. Levelaufstieg, für was? Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. Wo ist dieser Apfel? Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. Was geht denn hier, Apfel? Gut gemacht, Bechato. Ich will, dass du mir aufgehauen kannst. 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 Entschuldigung, wer hustet Hoch wieder alles Ja, warte ich Wie hoch geht der kacke Oh, geil Geht aus Komm schon Geht aus 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 Bis zum nächsten Mal.